Megan Dunso ist eine kanadische Schauspielerin. Leben Megan Dunso gab 2007 ihr Debüt in der kanadisch-amerikanischen Fernsehserie Painkiller Jane und wirkte seither vorwiegend in Fernsehserien mit. Seit 2013 hat sie die Rolle der Dany in der Science-Fiction-Serie Falling Skies inne und wurde damit auch einem breiteren deutschsprachigen Publikum. Bekannt Filmografie 2007 Painkiller Jane 2009 Jennifer Spoddy Jungs nach ihrem Geschmack 2009 Troop Die Monsterjäger 2013 Kalt 2013 The Killing 2013 Supernatural 2013 Continuum Seit 2013 Falling Skies 2014 Almost Human 2015 Fifty Shades of Grey 2015 Motive 2015 Eifel Berlin O'